Hallo ihr Lieben, Stravete Mili, Hello Dears, ich wollte ganz schnell ein Video machen und zwar habe ich gerade meine Bücher bekommen, die momentan beim Aldi Nord sind und ich wollte euch einfach mal zeigen, wie so eine Illustration dann praktisch, also wenn man ganz ganz viel zeichnet und fleißig ist, dann in ein Buch kommt, beziehungsweise wie man das Zeichen auch zum Beruf macht und hier seht ihr, das habe ich mit Farbe natürlich gemacht, aber wenn man genau sieht, die Häschen, die haben auch Buntstift drin, ansonsten male ich das mit Farbe und ja genau, das bin ich, Deniza Grober und die wollte ich euch jetzt einfach mal, wollte ich mit euch durchblättern, also wie gesagt, die gibt es jetzt beim Aldi Nord, ich will jetzt keine Werbung machen, Ich bereue nur, dass ich momentan im Süden lebe, nein ich bereue es nicht, aber es ist so, dass die hier bei mir nicht zu sehen sind, also nicht beim Aldi Süd, sondern die sind speziell für Aldi Nord, da gibt es wohl einen Unterschied und das sind so die Tierkinder, also Tierbabys, ihr seht hier, also überall sind praktisch meine Buntstifte und auch das Häschen, ja und das wollte ich euch einfach mal zeigen, wie ich hier, das ist mit Auto, also das ist mit Fahrzeugen, das habe ich mit euch noch nicht gemacht, das ist in der Stadt, hier mit Haus und so weiter, das habe ich aus London, also da habe ich selbst ein Foto geschossen in Notting Hill und das musste ich unbedingt zeichnen und hier mit so einem Dalmatiner, genau und hier ein Polizist mit Ampel, hier passiert ganz viel, ist eine Baustelle und hier zum Schluss Fahrrad mit der Feuerwehr, genau, die drei Bücher habe ich gezeichnet und ja, wenn jemand die sieht bei Aldi und ein Foto knipsen will, schickt es mir bitte auf Instagram, also auf Instagram bin ich einfach, also wenn ihr das seht, Denise Gruber, dort können wir uns gegenseitig folgen, beziehungsweise wenn ihr jetzt nicht viel postet, könnt ihr mich einfach hier markieren und dann sehe ich die Bücher, weil ich die eben hier zu Hause leider bei unserem Aldi nicht sehen kann, aber immerhin, ich habe es jetzt und freue mich total, bis demnächst, eure Dani, tschüss!